und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder da seid zu einer neuen lotus folge hier auf diesem kanal morgen abend erscheint die erste version von forsthausen modded by joe dies wurde jetzt im forum angekündigt und wir dürfen euch heute schon die anspiel fassung zeigen so wie das heute hier aussieht so könnt ihr das morgen abend selbst fahren es ist natürlich das original von mir bloß er hat ganz schön viel daran gearbeitet hat das ganze natürlich im forum gepostet der liebe joe und hat hier ganz schön dran gewerkelt wir sind auf das endergebnis gespannt und das ganze geht jetzt aktuell von der hürtestraße bis malzdorf süd und der zweite bauabschnitt wird in der hulsch in der damm der natürlich die meiste zeit wieder fressen wird das weiß ich jetzt schon weil das hat damals auch beim bauen sehr sehr viel zeit gekostet ich selbst bin natürlich gespannt wie sich das weiter entwickelt hat straßenbahn forsthausen dadurch dass ich das ja abgegeben habe gesagt habe okay können sich mal andere leute dransetzen ich habe das grundgerüstchen gesetzt und jetzt können sich andere leute mal vielleicht mal ansetzen und das ganze mal so ein bisschen tüfteln bauen wie würden sie das machen denke ich mal habe ich mit joe da doch einen sehr sehr guten fang gemacht denn mit linie 68 die er gebaut hat von schmöckwitz nach grünau ja hat er eigentlich schon sehr sehr gute erfahrungen gezeigt und ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt wirklich wie das ganze jetzt hier hier sich fahren lässt und was er hier so alles angestellt hat ich hoffe ihr seid ihr mit dabei und fand das ganze mit dem gt6n ja klassisch heute mal mit unseren berliner mantra und schauen wir mal wie wir da mal zurecht kommen deswegen würde ich sagen wir springen rein starten den motor oder die elektrik und fahren mal los zur ersten haltestelle so erstmal schlüssel rein hauptschalter so und jetzt mal gucken haben natürlich ausgewählte 24 sehr schön das ganze ist denn die 62 ziel 24 so damit haben wir den mahlsdorf süd so und ja somit sind wir eigentlich startklar und können wie gesagt zur ersten haltestelle mal vorziehen und dann lassen wir mal die fahrgäste einsteigen und ich bin mal gespannt was ihr davon haltet schreibt bitte gerne in die kommentare würde ich mich freuen übrigens die alte waldbahn hat jetzt der phasus übernommen freue ich mich mal mal gucken was phasus aus der alten waldbahn auch so zaubert hat mir auch schon das erste bild zugeschickt ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt und so macht es dann halt spaß denn wenn du so ein doch so eine community hast die sich dafür auch so ein bisschen begeistert los geht's ich bin auch mal ein bisschen gespannt so was die performance sagt ja und sind hier los mit baustellen war hatte ich eine kleine baustelle inszeniert ist ja nicht schlecht ist nicht schlecht ok hat ein extra gleischen mal hingebaut weil ich glaube das war ja nur ein gleisig gewesen weiß leider nicht ob die ampeln funktionieren aber meiner meinung nach dachte ich das schon dass er daran rumgewerkelt hatte wir warten mal noch ganz kurz und dann schauen wir mal weiter so ja das weiß ich gar nicht ob hier die baustelle ist tatsächlich aber muss man sagen ja jetzt steckt ja jetzt schon mehr detail drin hier so genau an der ersten halstelle ihr seht schon die haltestellen wurden natürlich komplett ausgetauscht auch wohnen ich glaube die ganzen haltestellen allgemein die wurden noch mal überarbeitet weil die häuschen zum beispiel sind ganz anders gewesen als diese damals drin hatte so alles einsteigen bitte alles einsteigen verboten und dann schauen wir mal ich bin ich bin mega gespannt wir werden jetzt nach mazhof süd fahren und wenn dann wieder zurückfahren nach hier zur hürtelstraße und wie gesagt das ist heute alles in der folge wie gesagt das ist die version die wir ab morgen abend oder die ihr ab morgen abend natürlich alle spielen könnt und wie gesagt am besten muss ich sagen deinstalliert die alte karte und installiert die neue karte damit es nachher keine verwirrung gibt aber der joe hat jetzt auch schon soweit alles umgestellt so dass ihr halt von vornherein schon seht welche karte jetzt von mir ist und welche karte jetzt von joe ist ja also sollte jetzt im menü eigentlich sichtbar sein aber ich weiß nicht ob es dann nachher probleme gibt oder sowas die die karte zum beispiel nicht findet deswegen deaktiviert lieber die alte karte von mir und die aktiviert die neue und bleibt aber die alte bleibt trotzdem aktivheit im ja im team workshop natürlich ja die wird nicht entfernt oder sowas wer lieber das original fahren möchte der kann es natürlich unterlagen so ja hier ist natürlich auch alles neue das sieht so damals bei mir nicht aus das sah alles nicht so aus nein das hat er das hat er verändert er hat natürlich eine vegetation richtig gearbeitet also ich habe ja natürlich ein bisschen übertrieben was so die bäume angeht und alles was ne sondern natürlich ein bisschen verbessert hier ne also da muss man wirklich sagen da war schon dran ich glaube er meinte sowas über fast 50 prozent der bäume also die kannst du weg machen ja so ja das ist halt vor 1000 dachte ich mir so und dann kann der ein oder andere bau mir eventuell ja nicht schaden aber sonst wird dann hat sich hier nichts verändert hier steht ein haus mittlerweile sehe ich gerade baustelle ist zwar immer noch da aber lange dauert jetzt hier die ampel phase ja da wird sie zu rot sollten jetzt eventuell gleich fahrt bekommen das ist diese stellen boden überarbeitet haben wir jetzt gerade rot bekommen von daher ein bisschen langsamer anfangen die baustelle ist natürlich immer noch die obligatorische das wird übrigens die version 1.0 dann von forsthausen modded by joe so wird die version später komplett heißen ich weiß auch nicht ob er da plant da irgendwie weiter zu bauen oder ob das hier ob das das endprodukt hier ist ja dass wir von köpenick nach marz da fahren und von marz auf dann nach köpenick oder ob er denn hier doch wieder plant eventuell sogar bis wenden schloss zu bauen da habe ich ihn gar nicht drauf gefragt muss ich ganz ehrlich sagen also mal gucken was er eigentlich aus diesem projekt hier macht steckt ja doch viel potenzial eigentlich drin hier gerade wenn man gerne sowas baut ja dann kann man sich hier schon echt austoben aber ich weiß auch dass leider der editor der ist halt sehr sehr anfällig habe ich ja damals schon mitbekommen und das soll sich wohl bis heute noch nicht geändert haben dass die abschütze halt immer noch da sind ja wenn du denn nicht genug gespeichert hast dann dann kann das schon bitter enden ja dass du dann da zum beispiel wieder komplett neu bauen darfst und alles was traum habt also deswegen immer brav back ups machen im editor so und fahrt bitte dankeschön stimmt 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 also entweder hat es rausgegangen hier aber die kurvenüberhöhung ist gar nicht mehr da ich habe da irgendwas gelesen dass die kurvenüberhöhung jetzt so irgendwie gerade verpackt ist tatsächlich normalerweise hatte ich ja hier damals eine kurvenüberhöhung reingebaut und das hatte man ja auch gesehen gehabt auch in dem trailer von straßenmann vor 1000 0.5 club war das ja sogar drin gewesen da hast du es ja richtig gesehen gehabt wie sich die straßenmann in die kurve legt und alles was ja das ist jetzt sicher gar nicht mehr vorhanden ich kann mir nicht vorstellen dass Joe das überarbeitet hat. Wenn ja, dann kann er ja mal was dazu sagen. Aber im Forum wurde das halt schon mal angesprochen, dass seit dem letzten Patch oder sowas, seit irgendeinem Patch, dass die Grovenüberhöhung wohl nicht mehr funktioniert. So, hier sehen wir mal. Ein bisschen sehen wir was, oder? Ist die Autoampel? Weiß ich nicht. Nee, ist nicht die Autoampel. Ich war jetzt ein bisschen schnell unterwegs. Oh, komm, wird doch grün. Wahnsinn. Stehst du länger? Weiß nicht, hier gibt es noch eine Abbiegerampel, meiner Meinung nach. Also, es ist natürlich nicht, ähm, das Original, ne? Das ist halt, äh, trotzdem, Straßenbahn-Vosshausen ist fiktiv. Sie wird nicht als Linie 62 irgendwie, ähm, angeboten, ne? Das ist halt so ein bisschen, ich sag mal, so, 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 steckt, halt, ja. Da drunter. Ja, äh,啊, headlinger, die halt in Berlin wohnen, erkennen natürlich, äh, diese ganzen Szenario wieder. Es ist aber nicht eins zu eins, halt umgebaut, ne? Also, zum Beispiel, die Halterstelle hier hinten, die ist deutlich weiter hinten also die müsste wenn jetzt hier ein Mauszeiger ist, müsste hier hinten die Haltestelle irgendwann erst einsetzen also so hundertprozentig haut das Ganze nicht hin also verurteilt das jetzt nicht, wie gesagt, das ist weiterhin Straßenbahn Fausthausen, das ist nicht eine reale Linie 62 nur dass ihr das schon mal so gehört habt, das war damals ja bei mir auch ein bisschen kritisiert worden das Ganze ja es ist weiterhin einfach ein fiktives Projekt und das ist halt praktisch daraus entstanden und man erkennt halt teilweise immer mal wieder dass es sich halt um die Linie 62 handelt unter den Birken aber hier gibt es immer noch diese heftigen Performance-Probleme da kannst du doch nichts machen wahrscheinlich und ich glaube schon, dass der Joe da ordentlich dran gestrubbt und gebaut hat gerade was die Bäume angeht aber ihr seht, die Karte, die ist mega performance-hungerig also kannst du machen, was du willst ich bin mal gespannt, wie das später mal mit Original-Karten von Lotus aussieht hier zum Beispiel hat er die ganzen Waldfahrt hier verändert wir sehen jetzt hier, er hat da so einen kleinen Weg reingebaut mit Laternen und alles also detailverliebt wieder also bei mir waren ja damals ja nur Bäume gewesen fertig und er hat da jetzt halt so einen kleinen Weg reingebaut auch das hier sieht halt alles anders aus hier so der Mittelfahrte, die wir hier haben der sieht halt komplett anders aus er hat auch manche Straßen verbreitet so dass da jetzt später auch mal KI-Fahrzeuge fahren können das wurde damals nicht benein berechnet ja dass die Autos drei Meter breiter haben und so dementsprechend ja, ging das wohl nach hinten los Malzdorf Süd Inhaltestelle bitte aussteigen und Malzdorf Süd, seht ihr, ist auch komplett Kürbischer geworden aber hier vorne seht ihr ja schon, steht wieder der berühmte Bagger den wir natürlich aus der allerersten Version von Malzdorf natürlich kannten der berühmte Bagger da geht es dann weiter zum Hultiner Damm den ist halt gesperrt weil das ist jetzt halt der zweite Part der Kante der kommen soll allerdings ist mir hier was aufgefallen hier ne die Kante ist halt immer noch drin verfluchte Kante ja also da kannst du machen was du willst manchmal will das einfach alles nicht so wenn jetzt in die Schleife reinfahren und wenn dann wieder schleunig zurückfahren ich nehme mal noch mit die Phase das ist halt dann die Kante ich nehme mal noch mit Dann natürlich die ganze Wendeschleife Marzdoch Süd, die hat er einfach nochmal komplett umgebaut. Es sah jetzt nicht schlecht aus mit den Einfamilienhäusern dazwischen da und den eigenen Weg und alles was. Das ist ein Detailarbeiten. Lassen wir uns alle einsteigen nochmal und fahren dann wieder zurück nach S-Bahnhof Köpenick in die Hürtelstraße, da ist dann unsere Endhalterstelle und da soll dann auch erstmal unser erster Cut sein für Straßenbahn, ne für V1001.0 in der ersten Version von Joey. Ihr könnt wie gesagt gerne alles in die Kommentare posten, was euch jetzt noch so aufgefallen ist, was würdet ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen versuchen zu verbessern. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es rein. Natürlich auch Lob, wenn euch die ganze Karte gefallen hat, denn ebenfalls schreibt das doch in die Kommentare. Ja, hier musst du ja richtig langsam rum, ne? Schon ein bisschen eng. Unter den Birken. Unter den Birken. Da muss einer ganz schön in die Bremsen treten. Wir haben jetzt definitiv eine Haltestelle vorbeigeschossen. Ja, sowas passiert mir jetzt auch schon. Sowas passiert mir jetzt tatsächlich auch schon. Ich habe auch vergessen zu schildern, offiziell fahren wir immer noch nach Kürtelstraße, Kürtelstraße 53 brauchen wir. So, dann haben wir Ziel 53. So, da sehen wir jetzt. Jetzt sollte das Ganze schildert sein. Wir gehen jetzt noch mal nach Kürtelstraße 53. So, dann werden wir jetzt noch mal nach Kürtelstraße 54. So, dann wird das Ganze noch mal nach Kürtelstraße 54. So, dann sind wir hier noch nicht alles noch mal nach Kürtelstraße 54. So, dann wird das Ganze machen. Das Ganze in der Kürtelstraße 54. Wunderowice steigt. So, da ist der Wunderowice steigt. Ja, also ich muss sagen, es ist wirklich sehr hübsch geworden. Die kleinen, aber feinen Details fallen halt auf. Wie gesagt, die neuen Haltestellen. Ich hatte ja damals ja diese fertigen Haltestellen benutzt. Das hat er jetzt hier komplett wieder umgebaut. In der allerersten Version hatte ich sie ja damals ja auch noch selbst gebaut gehabt. Die Haltestellen. Erst mit der nächsten Version, glaube ich, kamen dann die fertigen Haltestellenpositionen. Auch schön, ne? Die 63 fährt hier aber nicht. Schon. Das ist falsch. Die fährt doch nicht hier von Adlershof. Wunderowice steigt. Fährt keiner 63. Oder? Haben die das geändert? Nee, oder? Hm. Nee, auf jeden Fall. Was sind so die kleinen Details? Und ich finde das doch, die machen ganz schön was aus. Performance-Technik ist natürlich jetzt immer noch nicht raumhaft. Ein Straßenbahnfausthausen, aber wie gesagt, da kann Joe nichts dran ändern. Er versucht natürlich, er hat so viele Abschnitte gefunden, wo zum Beispiel Gleise doppelt klagen, wo viele Polygonen übereinander gelegen haben. Er meinte schon ganz schön, er muss sich ganz schön aufräumen hier auf der Karte. Das kann ich mir vorstellen. Man darf halt nicht vergessen, das war die erste Karte gewesen, ne? Die man gebaut hat. Natürlich baut man automatisch Fehler mit ein, ne? Und, äh, in so einer großen Lage, selbstverständlich, ja? Wenn da nachher noch Malstoch wieder mit dazu kommt, dann hast du hier eigentlich eine ordentliche Fahrt, ja? Die du hier fahren kannst. Also, ja, das ist schon, das ist schon ordentlich. Hat damals aber auch sehr viel Spaß gemacht, diese Karte zu bauen auf jeden Fall. Das kann ich wirklich sagen, ne? Das war wirklich gigantisch. Das hat, was sich das halt irgendwann so zusammengeformt hat einfach. Aber warum hier diese Kurvenüberhöhung weg ist, weiß ich nicht. Malzdorfer Straße, Gesener Straße. Malzdorfer Straße, Gesener Straße. Malzdorfer Straße, unsere Haltestelle. Hier sieht wie auch schon gleich am S-Bahnhof Köpernick angekommen. Und, ja, also mir gefällt's. Bin mal gespannt, was er da auch noch so zaubert. Ich höre ja immer, wie er denn ankommt und mich immer voll jemand, ja, das ist so viel. So viel Fehler, die er findet. Ja, naja, das ist halt, äh, tut mir ja leid. Ich würd's ja gerne verändern, wenn ich könnte. Aber die Fehler sind schon vorhanden, ne? Zumal er auch wirklich diese ganze Arbeit, die ich ja damals gemacht hatte, jetzt nochmal machen durfte mit den ganzen Straßenschildern und sowas. Wisst ihr ja alles Bescheid, ne? Warum, wieso, weshalb das Ganze ja nun eigentlich dazu geführt hat, dass Joe jetzt, äh, diese Modded-Karte jetzt bauen konnte. Aber ich glaube, ihr seht selber, dass die Karte eigentlich in sehr guten Händen ist, auf jeden Fall. Ja, also sollten da jetzt die nächsten Updates rauskommen von, äh, Forsthausen, wisst ihr, dass hier wirklich jemand dran sitzt, der davon auch wirklich Ahnung hat. Ich glaube, mittlerweile müsst ihr ja fast die tausend Stunden voll haben im Editor. So viel, wie der da drin sitzt. Also ist das schon wahnsinnig, ja? Jedes Mal, wenn ich dann mal kurz auf Steam bin, sehe ich dann halt Joe wieder, äh, Map-Editor. Also da muss er schon ordentlich auf jeden Fall Zeit gelassen haben. Ich meine, zu den damaligen Zeiten zur Linie 68 oder sowas, da hat er ja schon die 600-Stunden voll gehabt oder sowas. Also ich denke mal, mit, äh, Forsthausen wird er nochmal ordentlich was zu knüppeln haben. Wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen betrachtet, also ich finde schon fast, dass das Ganze hier schon so Pay-Ware-Niveau hat eigentlich, ja? Ja, also... Diese Karte ist schon so detailliert ausgestaltet, ja? Also sieht man nicht wirklich viele Karten von, äh, im Steam Workshop. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Also das sind halt wirklich wenige, sehr wenige Karten. Und, ähm, Forsthausen zählt mit dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht großartig aus, ja? Also es gibt ja Elon München, ja? Ich meine, nichts gegen München. München sieht auch toll aus. Aber wenn man das beides jetzt mal so miteinander vergleichen würde, klar, München hat seine eigenen Objekte und alles sowas, was, äh, Forsthausen dann nicht hat. Aber da ist der Unterschied halt, Forsthausen ist Freeware und München ist Mod. Ja, äh, 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 München ist DLC-Kauf. Flüchtiger DLC. Also, ne? Da muss man mal so ein bisschen gucken. Und ich finde, wie gesagt, dass das hier schon ein sehr, sehr gutes Niveau erreicht hat mittlerweile. Hier zum Beispiel ist noch ein Fehler drin. Ich weiß nicht, ob der Joe das gesehen hat, aber da müsste er halt wieder alles komplett neu machen. Man müsste da halt alles, ja, musste halt alles neu machen. Und zwar ist die Haltestelle, ähm, würde jetzt die normale Haltestelle fehlen, weil das hier nämlich die Bushaltestelle ist. Also, die Haltestelle hat ja hier noch, äh, so die Straßenbahn-Haltestelle ist ja hier, ne? Die ist direkt neben der Straßenbahn, sodass die Fußgänger gar nicht so über die Straße laufen müssten oder sowas, ne? Also, wenn die jetzt da aussteigen würden, wäre da schon der Bahnsteig. Da muss man mal gucken, dass man das vielleicht auch noch irgendwie umsetzen kann. Ähm, das Problem hierbei lag aber daran, dass die Straße halt viel zu, äh, ja, eng war. Also, um das Ganze nochmal neu zu machen, muss halt die komplette Straße eigentlich aufgerissen werden, ja? Die muss verbreitert werden, deutlich verbreitert werden. Und, ähm, ein bisschen Rasen ist hier eigentlich auch noch. Das ist gar nicht mehr sichtbar, dass hier mal Rasen war. Äh, in Wahrheit ist da noch ein bisschen grün eigentlich. Also, von den, an den Seiten, ne? So, dann warten wir jetzt auf unser, auf unser letztes. Ach, diese doppelge Klacker, das ist ja ein bisschen anstrengend. Hm, kriegen wir jetzt nicht weg, das doppelge Klacker. Ah, ja. Es verschwindet dann einfach irgendwann. Boah. Aber ich wollte gerade sagen, es passiert gerade gar nichts, weil alle Ampeln einfach rot sind. Ja, und hier ist ja eigentlich, äh, S-Band, ne? S-Band. Der S-Band, der fehlt hier. Also, wie gesagt, das ist das Einzige, natürlich, was ein bisschen fehlt. Ne? Die Originalobjekte, um halt, äh, als Kauf, äh, als Paper Addon durchzugehen, ne? Aber sonst, äh, wie gesagt, die ganze Lage, wie sich das Ganze fährt und, äh, wie sich das Ganze allgemein einfach anfühlt. Ja, doch. Also, man, ich denke mal, so der ein oder andere, der natürlich, ähm, viel unterwegs ist, halt in Marzdorf, ne? Der wird das vielleicht, äh, teilweise wiedererkannt haben. Hier auf der Straße. Inhalte stille, bitte aussteigen. This tram terminates here. All change, please. So, und, alles aussteigen, bitte. Also, ich muss sagen, es sieht großartig aus. Hier ist noch ein kleiner Fehler drin, was so ein Polygon so ein bisschen geschuldet ist, scheinbar. Ähm, ich find's großartig. Es sieht wirklich hübsch aus. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es hier weitergeht, auf jeden Fall. Äh, wenn das Ganze dann mit dem Hulschinerdamm nachher noch dazukommt und alles was. Ich denke mal, könnte das ein ganz schön, äh, großer Erfolg werden. Ähm, ich finde, er macht das sehr gut. Er, 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 er macht das richtig gut. Also, so performance-technisch ist klar, wie gesagt, ist immer noch kein Highlight, ne. Aber wenn man mal so guckt hier, ne. Also, ich hab hier schon ein bisschen übertrieben, was die Bäume auf jeden Fall angeht, ja. Also, ich war nicht, äh, spaßig mit Bäumen. Ja, das auf keinen Fall. Ähm, und er muss das Ganze jetzt natürlich hier ein bisschen entwirren, ne. Ent, äh, entreißen und alles sowas, damit das Ganze natürlich, ähm, passt. Er hat hier auch zum Beispiel neue Laternen zum Beispiel gesetzt, wie ich sehe. Und die bringen auch ein ganz stimmiges Licht, ne. Wenn wir mal jetzt hier ein bisschen mal gucken. Wenn ich jetzt sage, ich mal 20 Uhr. Äh, ne. Also, geht das schon in Ordnung? So, so von dem Licht hier. Das sieht ja schon wirklich relativ hübsch aus, ne. Das ist doch schon stimmig. Wie gesagt, Fahrzeuge stehen jetzt auf der Strecke. Es funktioniert einfach alles. Die Signale funktionieren wieder. So, wie es damals in der Ursprungsversion halt, äh, mal funktioniert hatte. Vor, äh, bevor ein Update, äh, erschienen ist. Und, ähm, ja. Ja, ihr könnt auf jeden Fall euch morgen Abend darauf freuen. Straßenbahn Forsthausen. Monit bei Joe erscheint dann, wie gesagt, ab 20 Uhr. Irgendwie sowas hat er gesagt. Will er das Ganze denn online scheint. Also, Freitag, den 17.05. ab 20 Uhr. Könnt ihr selbst wieder Hand anlegen an Straßenbahn Forsthausen mit Signale komplett überarbeitet. Und, ähm, ja. Ich bin auf eure, auf eure, auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr denn jetzt von Straßenbahn Forsthausen in der Version 1.9 von, äh, dem Joe? Schreibt's in die Kommentare. Mich würde das brennend interessieren. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann ein Däumchen nach oben. Freue ich mich drüber, ja. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal wieder, äh, wenn's weitergeht hier. Damit verabschiede ich mich. Danke, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss. Und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.